Dann wollen wir doch mal schauen. Was hatte ich denn jetzt vor? Ach, Schild. Ich wollte einfach mal testen, ob ich Schild rausfinde. Vielleicht irgendwie sowas machen. Oder sowas. Oder sowas. Irgendwie sowas. Also, ja, das ist auch ein Schild. Das ist aber nicht ein Schutzschild, wie wir das gebrauchen. Das ist ja... Na... Kann man das denn craften? Kann man das nicht craften? Huch, Mensch. Man sollte sich vielleicht mal mit Sachen beschäftigen, bevor man sie macht. Das ist echt manchmal gar nicht so toll. Wir suchen ein Schild. Das kann man craften. Cool. Und zwar nicht stapelbar, aber craftbar. Leute schlafen. Ach so, halt. Ich brauche dafür davon was. Und dann müssen wir nämlich da oben ein rein. Und dann... So, 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 so. Und letztlich so. Und... Tada! Ach Quatsch, hier eisen ja ein. Und wir sind wieder eine Erfahrung reicher, indem wir uns ein Schild geben. Dies haben wir nun in der linken Hand. In der rechten haben wir dann die Möglichkeit, alles weitere zu nutzen. So, geil. Schild. Schwert. Schild. Genau. Ich bin der Mega-Hero. Guckt mich an. Ich bin der Mega-Hero. Tata. 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 Cool dich. Da laufe ich da jetzt mal so mit rum. Was wollen wir denn mehr? So. Weil. Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. Jetzt wird sich oben aber langsam viel. Es gibt doch so viel zu tun. Auch unten der Ausbau muss gemacht werden. Dafür brauche ich Sand. Ich will ja in Neta runter, aber dafür brauche ich Sand. Um unten noch... Ich habe da ein bisschen was vor, Leute. Ich habe da ein bisschen was vor. Zack. Das war das rechte Ohrläppchen und das linke Ohrläppchen. Da drüben, wo die Hühnchen sind, da wollen wir doch mal. Und da sollten wir mal. Aber ich glaube, da geht es nicht tiefer rein. Doch, da geht es irgendwo rein. Na, ob es hier oben irgendwo noch... Was gibt es so? Wir buddeln natürlich ganz fleißig hier mal eben Sand weg. Checker, checker. Ein, zwei, drei. So. Ohrläppchen. So. So, falls sich mal einer darüber beschwert und sagt, öö, ich weiß ja gar nicht. Aber wenn du mal guckst, du hast ja da hinten einen Rand und wenn man in die Optionen geguckt hat, du hast den Grafiker schon maximal eingestellt. Und ja, was habe ich da? Ja, das liegt natürlich daran, ich spiele auf meinem Server. Ich bin ja online, ich spiele also nicht bei mir zu Hause. Und über die Einstellung des Servers lässt sich natürlich hier dann die Darstellung angeben. Also wie viele Chunks überhaupt dargestellt werden. Und das habe ich natürlich festgelegt, um die Leistung des Servers überhaupt nicht zu hoch zu legen. Sondern das soll ja so bleiben. So, und während das jetzt hier läuft, können wir erstmal ein bisschen Sandrohnen, Sandfarmen. Dann können wir nämlich auch unten irgendwann mal anfangen, das geile Neta-Portal aufzubauen, um auch in den Neta kommen zu können. Ach, ist das schlimm, dass man bei Minecraft immer 10.000 Sachen gleichzeitig machen kann. Und wenn man wollte, müsste man ja hier so eine Spielserie jeden Tag, drei Stunden aufnehmen. Und jeden Tag mit drei Stunden einstellen, das wäre natürlich das Geilste von allem. Denn wird super laufen. Aber, naja, dann ist die Frage für mich, wo nehme ich die Zeit denn jetzt endlich her? Denn wie jeder weiß, wenn man aus dem Kindergarten irgendwann mal rauskommt, dann darf man zwar ganz kurzzeitig die Schule besuchen, um grundlegendes Alphabet kennenzulernen. Ist dies geschehen, heißt es dann allerdings, meine lieben Kinder, ran an die Arbeit. Und so ist es bei mir natürlich nicht anders. Also, hat man da gar keine großartige Chance. Man muss einfach irgendwann mal nicht nur Sand buddeln, sondern auch mal Brötchen machen. So, wir laufen hier mal durch. Dann laufe ich hier durch. Ich jump hier an der Höhle vorbei. Und hier, unser Eins ist natürlich da in keinster Weise anders wie jeder andere auch. Das Geld will verdient sein. Der Server läuft nicht von alleine. Also, das ist falsch, der Server läuft von alleine, aber der Provider, der möchte ganz gerne sein Kuchen, sein Geld damit verdienen, dass er mir den zur Verfügung stellt. Und dementsprechend muss ich natürlich auch ein bisschen mal lochen, um entsprechend hier natürlich das Ganze zu bezahlen. Ist ja nun mal leider so. Oder, was heißt leider, so ist das nun mal. So, da, du. Nimm nun mal den Sand und mach daraus Glas. Ich werde mal in der Zwischenzeit mir noch einen Eimer craften. Ich wollte nämlich noch einen zweiten haben. 14 Dias. Ich traue um eine schöne Rüstung, die ich hatte. Achso, halt, ist ja falsche. Alle, die von Anfang an geguckt haben, die wissen ja noch. Die wissen ja noch, ja, es gab mal sowas wie in einer anderen Welt, in der ich tatsächlich eine große, große, große Wüste hatte. Und in dieser Wüste, wer hätte das gedacht? Geilo, Milo, da habe ich ja ein Tempel gefunden. Mit einer Dia-Rüstung. Für ein Pferd. So. Schafe, Scheren. Was, das, das. Die Pilze sind immer noch hier. Warum sagt ihr mir eigentlich nicht jemand, dass hier Pilze sind noch da. Mach mal weg. Lalalala. So, jetzt erstmal Pilze da rein. Was hatte ich gerade noch im Kopf? Ich habe was im Kopf gehabt. Glaubt man noch gar nicht. Ich und was im Kopf? Ich bin da irgendwie verunsichert. So, den brauche ich für Lava. Ja, für Lava. Ich brauche Beleuchtung. So. Nein, das ist einfach zu wenig. Fuhren Lanze mal schneller. Hä? Es gibt hier gerade einen offensichtlichen Grafik-Bug. Hä? Sehr gut. Immer neu anklicken. Es wird nämlich, es wandert nicht. Aber naja, gut. Es ist ja auch hier Optifine in einer Präversion drin gerade. Nur damit ich die HD-Texturen auch wirklich nutzen kann. Das ist ja bei weitem noch nicht die volle, leistungsfähige Links. Es wird ja nachher erst verbessert. So. Und ich hoffe mal, mit den nächsten zwei, drei Wochen ist das dann alles auch wieder Geschichte. Es läuft dann wieder performanter. Auch der Server läuft hoffentlich performanter. Also mittlerweile ist ja auch das mit den HD-Texturen. Man sieht das ja hier ganz schön. Es ist ja noch ein relativ hochauflösendes Textur-Homepack, was hier mit 256x256 Texturen arbeitet. Und somit habe ich hier aber ganz gut die Möglichkeit, auf jeden Fall für die Aufnahmen 30 FPS laufen zu lassen. Das funktioniert. Das finde ich super. Ich denke mal, es ist auch tatsächlich mit der richtigen Optifine-Version auf jeden Fall deutlich mehr drin. Auch weit über 300 bei gleicher Auflösung. So. 17 Glas. Reicht das schon? Ich glaube nicht. Aber das soll das Ganze hier noch mal ein bisschen laufen mit, glaube ich, oder glaube ich nicht. Ich gehe mal runter in die Höhle, bevor ich hier noch weiter nur nichts tue. Äh, hier tut wieder nichts. Und ab nach unten. Ab nach unten. Okuma. Nein, 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 nein. Schweinchen auf dem... Kleine Schweinchen auf dem Bäumchen. So, hier habe ich das. Das ist sehr gut. Ich muss natürlich gleich irgendwann noch richtig Eisen sammeln gehen und gucken. Jetzt will ich hier unten erst einmal runtergehen. Und das tue ich einfach mal so. Runtergehen. Ganz, ganz, ganz. Packen reißt. So. Du musst rausgekloppelt werden. Du musst rausgekloppelt werden. Du musst rausgekloppelt werden. Da komme ich so nicht dran. Du musst rausgekloppelt werden. Du. 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 Da komme ich zwar so... Das ist ein bisschen außerhalb. Ja, ich kloppe das Ganze. Jetzt hat es einen Sinn, dass ich das Ganze für mich hier rauskloppe. Das werdet ihr noch sehen, wenn das Ganze dann tatsächlich soweit fertig ist. Ah, hier komme ich... Da komme ich, glaube ich, gar nicht raus, wenn ich da jetzt so reingehe, oder? Aber ich komme unter den durch. Das ist sehr gut. Irgendwann kann ich hier wahrscheinlich auf Ebene 0 durchfallen. Es wird immer dunkler hier unten. Ich hänge hier mal so eine Fackel auf. So, da ist... Ist das schon außenland? Nein. Jetzt musste ich hier mal gucken. Wie war denn das? So. So, das Ganze sollte bis in die Tiefe und in die Höhe muss das Ganze... Ah, nee, ich glaube nicht. Wenn mal das war der Durchgang, sollte sein... So, das ist ja die Höhe. Das heißt, eins, zwei, drei. So. Das ist definitiv Durchgangshöhe. Das Ganze wird hier nachher mit Kobbel und Mauskoppel ausgestattet. Zack. Das heißt, da muss ich da mal gucken. Dann kommt da noch eine schick kleine Tür dazwischen, die per Schalterfunktion sich öffnen lässt. So. Aber das ist die Höhe, auf der ich dann laufen werde. Hier, das muss rausgeklöppelt werden. Und das hier natürlich. Und das und das und das und das. Hier geht's jetzt nur mal eben dran, in das Redstone nehme ich natürlich komplett mit. So. Hier hängen wir uns mal eben mit Fakkeln, dass hier kein Monster drin spawnt. Das hier wird mal eben leer geblubbert. Da ist wahrscheinlich absolute 0,0-Nichts-Ebene. So. Na. Und da. Und da. So, hier muss auf jeden Fall, wenn das ein Dreierdurchgang ist, 1, 2, 3, da kommen Steine hin, da kommen Steine hin. Das heißt, wir müssen definitiv hier auf diese Tiefe weg. Und dann auf diese Höhe, meine Güte, das sehe ich gerade der hellste Raum hier unten. So. 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 So, das ist dann die, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das hier wird unsere Scheidewand. Das bedeutet, da gehe ich mal hin und muss den mal eben schon mal zu. Da kommt einfach nur Koppel in diese Höhe bis dato. Das kommt natürlich auch nachher hier. Dann kann ich das hier unten schon mal zukoppeln. Ach. Kein Wunder. So. Ah. Prima. Und es hilft dann nichts. Jetzt muss ich den mal eben wegnehmen. Das stört gerade ein wenig in der Sichtweise. Oh. So. Das ist nachher. Welche Tiefe gehe ich denn? Ja, bis da unten. Das heißt, der hier hätte gar nicht ausgefüllt werden dürfen. Der könnte, ob ich so bleiben können. Das ist dann die Dreierbreite. Das hat ja was einfach über diesen... Nein. Nein. Ah. Nein. Nein. Mist. Soll ich den so weit kloppen und einfach drin liegen lassen, bis er einfach von sich aus weg ist. Ich glaube, hier ist Sand runtergekommen. Also einfach Gieß runtergekommen. So. 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 Eins, zwei, drei. Denkenverkleidung muss er auch noch mit weg. Dann haben wir da. Tatsächlich muss er irgendwie vier mal fünf kriegen in dem, was er haben müsste. Ja, wenn er auch eine vernünftige Verkleidung einpasst. So. So. Eingesammelt, eingesammelt. Eingesammelt und zwei gesammelt. So. So. So, wie viel habe ich denn jetzt hier gehabt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Fünfzehn, das ist korrekt. So, jetzt bin ich hier. Das ist eine Fünferbreite. Dann müsste ich hier nochmal auf fünf tief gehen. Eins. Das nehmen wir natürlich direkt mit. Da kenne ich viel, aber nix. So. Eins, zwei, drei. Vier und fünf. Das ist die Tiefe, die wir hier brauchen. Hau mir jetzt natürlich nachher auch noch. So, du weg, du da hin. Eins, zwei, drei, vier. Ah! 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 Da blubbert er es her. Okay. Jetzt müssen wir doch einmal, wenn das da so blubbert. Da muss ich doch etwas höher gehen und hier mal gucken. Es blubberte ja da, ob ich hier nicht zufällig eine Höhle finde. Ich hoffe ja, dass ich hoch genug bin, um nicht erblubbert zu werden. Hier höchstens mal... Das hat noch nicht gereicht. Da bin ich immer noch nicht tief. Ja, das ist jetzt natürlich sehr intelligent. Höhle. So, das ist genau das, was ich wissen wollte. Wo ist hier die Höhle? In welcher Höhe? Ach du Kacke. Sehe ich das da gerade richtig? Schild anlegen. Heide Schwert nehmen. Und nö. Noa, gibt es hier gerade ein Leck? Der Creeper reagiert auch nicht. Nicht, dass es jetzt auf einmal Zischbrumm macht. Es passiert hier irgendwie gar nichts gerade. So wird der Creeper erstmal ausgeschlossen. Was ist los? Ich glaube, es ist ja nicht. Was ist los? Wer reagiert nicht? Da reagiert auf gar nichts. Ja, da bleibt mir nur eins. Mich mal ganz kurz ausloggen und dann neu einloggen. Vielleicht ist das Ganze nochmal rum. Ich gehe mal aus und dann mal schauen, was Sache ist. Ich gehe mal aus. Mal schauen.